Alle Jahre wieder findet Weihnachten statt. Alle Jahre wieder findet in der D-Galerie in Kassel unter dem Titel Dezember eine Verkaufsausstellung von Bildern, Fotos und Objekten statt. Gute Kunst zu kleinen Preisen. In diesem Jahr war die Eröffnung am 10. November um 19 Uhr. Über 30 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Arbeiten. Bis zum 17. Dezember ist die Ausstellung zu sehen. Wer also sich selbst oder einer einem Liebsten etwas schenken möchte, wird in der D-Galerie Schönfelder Straße 41b 34121 in Kassel mit Sicherheit etwas finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus Ich hoffe, dass dieser kleine Rundgang durch die Ausstellung und die Impressionen von der Eröffnung euch zu einem Besuch der D-Galerie angeredet haben. Untertitelung des ZDF, 2020